Das ist sie, meine lieben Freunde, unsere neue 5-Sterne-Elektro-Hai-Fu. Wieder ein Main-DPS, bedeutet, wieder reizt sie sich ein in eine Figurenkategorie, die ich eigentlich sehr gerne mag in Genshin Impact, weswegen ich mit Freunden einmal einen kleinen Guide für euch machen wollte, wo ich mich ein bisschen darauf fokussiere, wie man sie spielt und das Maximale aus ihr rausholen kann, wenn man das möchte. Natürlich können sie auch casual in dem Team spielen, worauf ihr einfach Bock habt, aber einfach mal so ein, zwei Hinweise dazu zu geben, worauf man im Spielstil achten sollte, als auch worauf man im Teambuild achten sollte, damit ihr Kit einfach optimal funktioniert und natürlich dementsprechend auch, wie ihre einzelne Rotation sein sollte. Denn sie als Figur ist grundsätzlich sehr einfach zu spielen. Der gesamte Fokus liegt eigentlich nur um ihre elementare Fähigkeit, bei dem sie ja ihren State ändert. Das bedeutet, jetzt kämpft sie nicht mehr mit ihrem Schwert wie davor, sondern fängt ja an, mit ihrer Pistole zu schießen. Ich glaube, das ist das, was jeder von euch persönlich schon verstanden hat, wenn man sie im ersten Moment gesehen hat. Das Coole ist, nach der elementaren Fähigkeit hat sie nicht mehr diesen Schwerkampf, sondern eben die Pistolen, die Elektroangriffe machen. Und auch die elementare Fähigkeit selbst funktioniert in diesem State anders. Und zwar, der escht ihr einmal wunderbar durch eure Gegner nach vorne. Und hier gibt es eine sehr, 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 sehr feste Rotation, die man einfach nur befolgen muss, wenn man den maximalen Schaden in diesem State haben möchte. Und zwar könnt ihr, wenn ihr da drin seid, darauf achten, dass ihr unten um eure LP-Anzeige Bond of Life kriegt. Das haben wir bei Alicino gesehen, bei einigen Gegnern und Fontaine. Und das ist im Prinzip etwas, was Healing bei euch verhindert. Das heißt, beziehungsweise, wenn ihr jetzt LP-Verlust hättet, könnt ihr nicht gegenheilen im Normalfall, sondern würdet erstmal Bond of Life reduzieren. Bei ihr selber habt ihr kein Healing durch die Teammates tatsächlich, ähnlich wie damals bei einer Alicino. Sie hatte auch keine Healings durch die Teammates, sondern bei ihr ist es jetzt so, dass ihr das nur wegkriegt, indem ihr ihre elementare Fähigkeit zum War-Dashen einsetzt. Schwupp, jetzt ist das weg. Und das Ganze, dieses Dashen, bringt noch weitere Vorteile mit. Im besten Falle setzt ihr es ein, wenn dieses Bond of Life 100% hat. Das hat es, wenn ihr ungefähr bei der Hälfte seid von eurer LP-Anzeige. Wenn ihr das dann nämlich einsetzt, dann ist eure elementare Fähigkeit, dieses Dash nach vorne stärker. Und sobald ihr überhaupt Bond of Life habt, heilt ihr auch ein kleines Stückchen zurück eurer LP. Also sie brauchen nicht unbedingt einen Healer, um selbst zu überleben, weil sie quasi selber wieder gegenheilen kann. Einfach nur durch ihre elementare Fähigkeit. Das ist quasi so das große Zentrum, wenn ihr mit ihr spielt. Ihr benutzt ihre Standardangriffe, kriegt dadurch Bond of Life, setzt ihre elementare Fähigkeit ein und entfernt das wieder. Und das in der sehr, sehr einfachen Rotation, dass ihr eins, zwei, drei Schüsse machen könnt. Jetzt seid ihr bei 50% angelangt. Macht die elementare Fähigkeit. Eins, zwei, drei. Könnt dabei übrigens auch den Standardangriff-Button gedrückt halten. Also jetzt hier, ihr seht, es würde gar nichts passieren, wenn ich nicht in den Stay bin. Sobald ich in den Stay bin und gedrückt halte, greift sie dauerhaft an. Ihr wollt nur eben bis drei immer zählen. Eins, zwei, drei, Dash. Es kommt hier ganz, ganz leicht verzögerter Bond of Life. Wundert euch nicht. Ihr setzt den Standardangriff ein und dann kommt erst nach einer halben Sekunde hier der Bond of Life. Ihr könnt wirklich bis 13 eure elementare Fähigkeit einsetzen und dann macht diese wiederum mehr Schaden. Insgesamt eure Chlorant macht mehr Schaden und ihr seid diejenige, die happy sind. Zu guter, guter, guter Letzt bleibt dann natürlich nur noch eure ultimative Fähigkeit, die sie hiermit einsetzen kann in ihrem Kit. Das heißt, die muss man sich noch überlegen, wie setzt man das in der Rotation am besten mit ein. Die ist nicht ganz so wichtig. Das heißt, wenn ihr eine Aufladerate am Ende von 100% habt, werdet ihr sie nicht zwischen jeder elementaren Fähigkeit höchstwahrscheinlich benutzen können. Aber es ist nicht so schlimm, wenn ihr sie nicht zwischen jeder elementaren Fähigkeit benutzen könnt. Autschi, hau mich doch nicht. Dafür habe ich eigentlich extra schon nie mitgebracht, damit ich in diesen Showcase eigentlich kein Damage dadurch nehme. Aber im Prinzip könnt ihr dann eure Rotation so machen, dass ihr den Kampf mit eurer Kuh einleitet. Der Vorteil darin ist, ihr würdet hier unten, ihr habt es gesehen, meine Bond of Life ist direkt hochgesprungen. Wenn ich jetzt in die E gehe, kann ich direkt mit einem Dash eröffnen und nehme sie wieder weg. Das bedeutet, ich setze meine Ult ein, kriege Bond of Life, ab Talent Level 7 sind sie 100%, kann in den extra State gehen mit der elementaren Fähigkeit und kann einfach instant gegenheilen. Also ich hätte jetzt die Ult eingesetzt, gehe in den State, mache ein Dash und fange dann an mit meinen Schüssen und mache halt noch 1, 2, 3, noch ein, 1, 2, 3, noch ein, 1, 2, 3, noch ein. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, finde ich zumindest persönlich, zu kontrollieren, in welche Richtung der Dash bei der elementaren Fähigkeit geht, gerade wenn man das irgendwie dashen wollen würde, was jetzt nicht so viel Sinn macht. Aber wenn man das dashen wollen würde, ist es ein bisschen schwierig, die Richtung zu kontrollieren, weil es immer ihre Blickrichtung so ein bisschen ist. Das heißt, man muss sie ja als Figur erstmal so leicht drehen und dann in die richtige Richtung zu dashen, am besten in die Richtung der Gegner. Das hat jetzt nicht so den krassen Out-Aim, das hat mich ein bisschen gestört, während ich mit ihr gespielt habe. Aber insgesamt kann ich sagen, der Spielspaß ist unfassbar hoch, wenn man einfach diese Rotation befolgt. Ansonsten, wenn man sie baut, muss man ein bisschen hier auf ihre passiven Talente achten, dadurch, dass diese auch noch guten Extra-Damage geben, aber im Prinzip sehr einfach zu aktivieren sind. Denn das Einzige, was man dabei bedenken muss, ist, wenn man sie aktivieren will, das eine ist, man braucht Elementarreaktionen, kriegt extra Damage auf die Standardangriffe. Das andere ist, man muss überhaupt diesen Bond of Life 1, 2, 3 wegnehmen und kriegt jetzt eine extra kritische Trefferschance. Super einfach, muss man nicht aktiv dran denken. Das Einzige, woran man denkt muss, ist Elementarreaktionen mit Elektro im Team zu haben. Das war's. Und der Damage-Boost, den man kriegt, geht maximal bis ANG 3000. Das heißt, wenn ihr sie baut, braucht ihr theoretisch nicht mehr als 3000 ANG, beziehungsweise jeder ANG-Punkt ist ein Bonus bis hin zu 3000 Punkte. Ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Sachen, die man im Hinterkopf behalten kann. Ab 3000 Punkte lohnt es sich dann viel, viel, viel mehr auf Elementarkunde beispielsweise zu gehen oder doch nochmal zu gucken, ob man Crit kriegt oder Elektro-Damage oder ähnliches. Aber bis zu 3000 ANG funktioniert diese passive Fähigkeit. Das also als großes Zentrum von Clorant. Sehr, 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 sehr einfach zu spielen, diese Figur, weil ihr eben einfach nur bis 1, 2, 3 zählen müsst. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann könnt ihr halt jedes Mal dahinter herdash und sehr viel Schaden machen, wenn ihr Elementarreaktionen macht. Und weil ich es fast vergessen hätte zu erwähnen, bevor ich gleich rübergehe in Stats und ähnliches, noch zwei weitere Hinweise rund um eure Clorant. Natürlich, wenn ihr in diesem State kämpft, seid ihr nicht sicher, davor angegriffen zu werden. Das heißt, es kann sein, dass ihr zwischendurch durch die Gegend geworfen werdet von den Gegnern. Ihr müsst also gut mit ihr, wenn ihr sie spielen wollt, ausweichen oder ihre elementare Fähigkeit benutzen, um dadurch die Position zu wechseln, damit ein Angriff, der auf euch kommt, euch hoffentlich nicht trifft. Und der zweite Hinweis, falls ihr auf die Idee kommt, hier mitzunehmen, kann man das sehr gut machen. Allerdings werdet ihr dann sehen, dass, wenn ihr das macht und in diesem State seid, ihr statt Heal noch mehr Bond of Life kriegt. Das könnte natürlich auch ein Vorteil für euch sein, weil ihr dann häufiger mit ihrer elementaren Fähigkeit nach vorne dashen könnt gegen die Gegner. Ihr kriegt mehr Bond of Life durch mehr Heal, könnt mehr nach vorne dashen. Und gerade, wenn ihr das mögt, dieses Dashen viel, viel, viel mehr als eure Standardangriffe, ist das super genial, einen weiteren Heal mit in ihre Teams mit reinzubringen, damit ihr einfach mehr Bond of Life kriegt und dadurch noch häufiger dashen könnt. Da müsst ihr ein bisschen mehr die Rotation für euch herausfinden. Aber das wollte ich trotzdem noch als extra Hinweis gegeben haben, bevor ich es vergesse. Damit können wir dann auch direkt rüberspringen, weil ich schon damit angefangen habe, zu den Stuts und den einzelnen Punkten, die man an Chloron verteilen kann, wenn man das Ganze möchte. Ich habe ja schon erwähnt, A&G lohnt sich bis zu 3000. Aber auch der Base-Start Elementarkunde, der euren Schaden erhüllt, lohnt sich, weil ihre Teams meistens mit Elementarreaktionen von ihr arbeiten. Wie gesagt, falls ihr irgendwas spielt, dann vielleicht nicht, aber meistens arbeitet ihr eigentlich mit Elementarreaktionen und dann zumindest 100 Elementarkunde zu haben, ist gut. Falls ihr in einem Denro-Team spielt, wie ich jetzt mit Nahida, bei Jou oder ähnliches, dann lohnt sich auch 200 bis 300 Elementarkunde. Das ist so ein bisschen der Richtwert, den man gehen kann. Aber 1 bis 200 fährt man eigentlich sehr, 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 sehr gut mit, weil fast jeder Damage von ihr eine Elementarreaktion sein wird. Das ist nicht der einzige Fokus, den man haben möchte vermutlich, sondern auch Crit, kritische Treffer-Chance, als auch Crit-Schaden. Ich habe jetzt gerade ihre passive Fähigkeit aktiviert. Dadurch ist die kritische Treffer-Chance bei 105%. Normalerweise ist sie bei 85%. Und das ist so ein bisschen das, worauf man achten kann, wenn man sie baut. Bedenkt, wenn ihr sie fertig gebaut habt, ihr werdet im Kampf nach nur wenigen Sekunden 20% extra KT kriegen. Das heißt, es reicht, bis zu 80% KT bei ihr zu haben. Alles darüber könnte overcappen, wie jetzt eben gerade bei mir und könnte eigentlich in Crit-Damage, ANG, Elementarkunde gehen und dadurch mehr Schaden machen. Aufladerate, kann man machen, muss man nicht. Falls ihr eine extra Elektrofigur habt, braucht ihr wahrscheinlich so 110 bis 140%. Falls ihr keine extra Elektrofigur habt, werdet ihr viel, viel, viel mehr Aufladerate brauchen, um in jeder einzelnen Rotation ihre Ult einzusetzen zu können. Also zwischen jeder einzelnen Elementarfähigkeit immer die Ult einsetzen. Ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber wie gesagt, das könnt ihr im Hinterkopf behalten. Ich würde einfach die Aufladerate persönlich ignorieren und einfach nicht zwischen jeder elementaren Fähigkeit diese einsetzen. Das bedeutet wiederum für ihre Artefakte, dass ihr euch auch dort auf die Werte fokussieren könnt mit eben der Sanduhr, ANG-Prozentual oder Elementarkunde. Gerade in Dendro-Teams Elementarkunde, wie gesagt, sehr, 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 sehr wertvoll. Da könnt ihr auch auf 200 plus gehen. Wenn ihr da noch den Dendro-Bonus mitkriegt, dann seid ihr bei gut 200. Also hier ANG- oder Elementarkunde, je nachdem wie eure anderen Artefakte aussehen. Bei dem Kelch lohnt sich Elektro-Schaden oder ANG-Prozentual, weil ihr eben bis zu 3000 ANG diesen Bonus-Damage aus der passiven Fähigkeit kriegt. Lohnt es sich ja auch mit ANG-Prozentual zu gehen. Falls ihr über 3000 ANG gehen solltet durch die anderen Artefakte, geht auf jeden Fall mit Elektro-Schadens-Bonus. Das lohnt sich dann mehr. Und beim Happy ist eben Kritische Treffer-Chance oder Krit-Schaden. Je nachdem, was ihr eher braucht, um an dieses 1-zu-2-Verhältnis zu bekommen, was man eigentlich haben möchte. Das heißt, wenn ihr 100 KT habt, wollt ihr 200 KT schaden, bedenkt nur, ihr kriegt 20% KT extra. Das heißt, wenn ihr hier eine 200 stehen habt, wäre hier 80 perfekt. Wenn ihr hier nur 180 stehen habt, wäre hier eine 70 perfekt und so weiter und so fort. Das als ungefähre Richtlinie für den Krit. Wenn wir rübergehen zu den Artefakten-Sets, was dort am besten ist, ist es nicht das Gladiator-Set, das ist nur das, was ich persönlich spiele, weil es einfach etwas ist, was ich besitze, was man immer nebenher farmen kann, was viele Long-Term-Player haben, was ihr kriegt, wenn ihr einfach Elite-Bosse farmt. Gladiator kann man gerne mal rumliegen haben und dann sehr gut auf ihr spielen. Best in Slot wäre eigentlich gewesen, fragment harmonischer Launen, wenn ihr das habt, weil das mit diesem Eid des Lebens einfach zusammenarbeitet, ihr dadurch den maximalen Damage-Boost kriegt, also ihr hier ein sehr, sehr, sehr gutes Set habt. Ich würde versuchen, mit einem von den beiden Sets zu gehen, ihr habt aber auch noch andere Alternativen, falls ihr mit Dendro spielt, beispielsweise Vergoldeter Traum, sehr, sehr gutes Set, ihr könntet theoretisch mit Schattenjäger gehen, wenn ihr mit Furina spielen wollt, ihr könntet theoretisch aber auch mit dem ganz normalen Vierer-Elektro-Set Donner nach Zorn gehen, wenn ihr das wolltet und es gibt noch viele weitere Sets, die A und G, Standardangestaden oder ähnliches erhöhen, das so als ganz, ganz kleiner Hinweis. Falls ihr noch irgendwie ganz early im Game seid, Ausbilder ist vermutlich das, was ihr am besten benutzen könntet im Early Game, 80 extra Elementarkunde und ihr spielt, wie gesagt, mit vielen anderen Elementen im Team, wollt viele Elementarreaktionen, sehr guter Bonus im Early Game auf eurer Chlorinth. Jo, das ist so das, was ich mainly zu den Artefakten sagen kann, wie gesagt, hier unten bei den Stats beachtet, dass ihr kritische Trefferschagens, Krit-Schaden, Elementarkunde, ARG kriegt und ähnliches und dann habt ihr eigentlich schon mal einen sehr, 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 sehr guten Vorsprung. Wenn wir damit weiterschauen auf die Waffe eurer Chlorinth, ist natürlich das Beste die Absolution, das ist gar keine Frage, die Waffe würde extra auf sie Design plus, dass sie auch absolut geil einfach an ihr aussieht, also alleine für das Design hätte ich die Waffe schon gerne gepullt, man muss aber sagen, ihre C1 ist ein bisschen der bessere Damage-Boost im Vergleich zu ihrer Waffe, wenn ihr andere 5-Sterne-Waffen haben solltet, da es bei ihr oder allgemein bei den Island-Schwertern ja immer sehr, sehr einfach ist, weil es viele Alternativen gibt, am besten Widerschein des Nebelsplitters, aber wenn wir ehrlich sind, Lichterschneiden, Blätter funktioniert, Mosgrüner Fates funktioniert, Harang, Gepaku-Futsu funktioniert, halt all diese Dinger, die einfach Crit erhöhen, ARG erhöhen, Elementarkunde, Standardangriff schaden, da funktionieren super viele, Standardangriff 5-Sterne-Waffen ähnlich, also beziehungsweise Einhand-Waffen, die 5-Sterne haben, funktionieren sehr, 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 sehr ähnlich, solltet ihr davon irgendwas haben, braucht ihr nicht unbedingt ihre Waffe, falls ihr sowieso überlegt, eine Constellation zu holen und ihr maximalen Damage rausnehmen wollt, aber das als gute Alternativen. Natürlich gibt es auch 4-Sterne-Waffen, weil ich final in der Tiefe nie geschmiedet habe, zeige ich das einmal ganz kurz hier, ihr könntet die Waffe einfach in Fontaine schmieden, könntet euch die dann so auf Refinement 5 holen und hättet damit in der Theorie die beste Free-to-Play-Waffe für sie. Das ist so das, was man versuchen möchte zu kriegen, sehr, 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 sehr einfach zu holen und dann habt ihr einen guten Bonus mit ihr fürs Game. Es gibt natürlich auch Alternativen, falls ihr Geld ausgebt, schwarzes Schwert, kriegt aus dem Battle Pass Easy of Refinement 5 nach ein paar Monaten, hättet ihr auch eine sehr gute Waffe für sie, falls ihr sagt, ihr wollt nicht schmieden, ihr habt gerade sowas wie Eisenstich, Drachenschrei rumliegen oder irgendwas, was A, G, K, T, Elementarkunde gibt, diese Waffen funktionieren eigentlich alle, aber am besten Eisenstich generell oder halt einfach Drachenschrei. Also, ihr habt auch hier bei den Waffen, wie gesagt, wieder viele Optionen und dadurch, dass sich eine sehr gute Waffe schmieden lässt, auch eine sehr, 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 sehr gute Free-to-Play-Freundlichkeit. Da ich eben gerade schon ganz kurz einmal über die Sternenbilder geredet habe. Einmal der ganz kurze Hinweis, das erste Sternenbild, das zweite Sternenbild, beide sind absolut genial, erhöhen euren Damage, bloß, dass das zweite Sternenbild auch ein bisschen Survivability gibt. Sternenbild 4 erhöht auch den Damage, Sternenbild 6 rastet dann komplett aus, was euren Damage angeht. Falls ihr das pullen wollt, könnt ihr das machen, euch startet die C1 nicht, das ist ein sehr guter Damage-Boost, wie gesagt, auch im Vergleich zur Waffe. Die C2 ist ein enormer Damage-Boost und hier würde ich spätestens als Low-Spender enden, aber falls ihr sagt, ihr wollt der Sound-Post-Ultra, dann guckt, dass ihr bis der C6 geht, das ist wirklich das Long-Plus-Ultra, anders kann ich das nicht sagen, aber insgesamt persönlich brauche ich das nicht. Das ist dann insgesamt Chlorint selber als Figur und wie ihr sie erstmal optimal baut. Bei ihr ist aber somit das Wichtigste, damit sie gut funktioniert, natürlich nicht nur sie selber, sondern auch das Team ist enorm wichtig. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Elementarreaktionen sind das Beste, worauf man irgendwie in dem Team achten kann, wenn man mit ihr spielt. Und da ist mein persönlicher Favorit Dendro, weil das einfach ihren Eigen-Damage am meisten erhöht. Ich liebe Accurate-Funktion, Reaktionen, das heißt Dendro mit reinbringen und dann zwei andere flexible Figuren ist mein absoluter Favorit. Und hier kann man auch sehr, 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 sehr kreativ werden in den Figuren, die man mitbringen möchte. Man muss nur gucken, dass Dendro eben nicht zu viel geklaut wird, aber man kann natürlich diverse weitere Dendro-Figuren mitbringen. Also hier sowas wie ein Beiju oder ähnliches, ein Tinari. Man kann aber auch Elektro-Figuren mitbringen. Ich glaube, sehr, 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 sehr viele werden beispielsweise Fischl mit reinbringen in ihr Team, weil Fischl sehr gut ist für diese Accurate-Reaktion, weil ihre passive Fähigkeit mit Chloron funktioniert, weil sie als Figur ihre Ult sehr gut ist rasch von Chlorint. Also Fischl auch eine sehr gute Option und Kombination. Aber man kann auch andere Elektro-Figuren benutzen, wie beispielsweise, ja, Miko ist mein Favorit, auch wenn Fischl ein bisschen, ein bisschen besser ist in diesen Teams, ist es vollkommen egal. Ich mag ja Miko einfach viel zu gerne. Oder ihr sagt, ihr geht weg von Dendro-Elektro in diesen letzten zwei Slots. Auch das geht, denn ihr werdet ja zum Beispiel mit Chlorint umgehauen. Das heißt, wenn ihr kämpft mit ihr, da habt ihr ja keine Resistance gegen die Angriffe eurer Gegner und da kann natürlich ein Shit helfen, falls ihr nicht selber ausweichen wollt. Das heißt, ein Zhongli kann natürlich helfen, es gibt auch andere Schilde im Game, damit ihr nicht so krass umgehauen wird, meinetwegen auch eine Idee ja, die euch ein bisschen dabei hilft, gerade falls ihr Overloaded später spielt, dazu später ein bisschen mehr, aber insgesamt, ein Shit kann helfen. Neben Dendro-Elektro-Shield ist so das Letzte, was ich hier noch speziell in diesem Team sehen würde, so etwas wie Animo, einfach nochmal, um den Elektro-Damage noch weiter zu erhöhen, ihren Eigendamage noch weiter zu erhöhen. Funktioniert auch sehr gut mit in diesen Teams, das heißt, das kann man auch gut mitnehmen. Jetzt kann man das Team noch erweitern, beispielsweise um Hydro. Wenn ihr hier so etwas mitbringt, wie eine Forina, dann würdet ihr natürlich zwischendurch Dendro-Kerne erstellen und diese Dendro-Kerne könnten auch nebenher explodieren und dann hätte ihr eine Mischung aus Accurate Team, das heißt, der Eigendamage von Chloront erhöht sich dadurch, dass sie mit Dendro die Elementarreaktion hat und mit dem Quick-Bloom-Team, weil ihr eben all diese Dendro-Kerne, die entstehen in der Kombination aus Hydro und Dendro mit Chlorint zum Explodieren bringt. Also auch hier wieder ein Vorteil, diese zwei Figuren miteinander zu kombinieren. Ihr könnt auch sagen, ihr geht hier ganz Hardcore auf sehr, 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 sehr viele Dendro-Kerne mit einem Schinscher beispielsweise, dann hättet ihr nicht mehr genug Dendro, damit ihr mit ihr Accurate macht. Dann macht sie wahrscheinlich viel weniger Eigendamage, dann lohnt es sich fast, auf noch mehr Elementar-Kunde zu gehen, aber so könnt ihr Hydro auch noch mit in dieses Team mit reinbringen. Also ihr seht, auf der Basis von Dendro habt ihr einfach unfassbar viele Figuren, die ihr spielen könntet, wenn ihr einfach nur Bock darauf habt. Das ist so der erste oder das erste Team, womit ich gehen würde. Persönlich, wie gesagt, Double Dendro, Double Electro ist das, was ich am liebsten mochte. Also hier ein Baizhou oder ähnliches und hier eine Fischl oder ja, Miko. War mein persönlicher Favorit. Ich kann euch nicht sagen, was eure favoriten Figuren sind. Ich spiele die Figuren halt sowieso gerne, wie ich eben erwähnt hatte. Deswegen ist das wahrscheinlich auch zu meinem Favoriten geworden. Es gibt aber auch noch andere Elementar-Reaktionen, die man auf Elektro spielen kann. Man kann sich natürlich auch zu 100 Prozent, Kiching macht jetzt keinen Sinn, aber man kann sich natürlich auch zu 100 Prozent auf Elektro-Damage fokussieren und sagen, ey yo, ich booste das Ganze mit der Elementar-Reaktion zusammen mit Animo. Wäre eine Option. Ihr könnt aber auch sagen, ey yo, ich möchte gar kein Dendro mit drin haben, aber trotzdem Wasser, so dass ihr ein Taser-Team habt. Auch das geht, dass ihr Seiten in den Wasser mit rein, ihre Angriffe zählen als Standardangriff, sowas funktioniert also und dann habt ihr ein Taser-Team. Oder? Was natürlich auch sehr, 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 sehr gut funktioniert, besonders seitdem Chef mit im Game ist, dass ihr ein Overloaded-Team spielt. Das heißt, hier Elektro plus Pyro, dann könnt ihr auch noch sehr entspannt in DIA beispielsweise mitbringen, habt dadurch ein bisschen Resistance, werdet nicht sofort umgehauen. also hier auch so eine letzte Option, die man rund um Chlorin bauen könnte und damit habt ihr dann, wie ihr seht, enorm viele Team-Optionen, die ihr mit ihr spielen könntet, mit meinem Favorit Dendro ganz vorne mit dabei. Und das ist dann alles, was ihr für eure Chlorin wissen müsstet und womit ihr dann gut reingehen könnt, um alles weitere im Game zu clear. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da ihr würdet mich super unterstützen und vergesst nicht zu abonnieren. Damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Video.